Blut, blut. D20. Ich hab keinen Krumm. Das war ein Scaf. Unglück. So ein Unglück. Ja, da hab ich gerade ein Gebüsch gehört. Genau von da. Und dann die Tiger. Junge. Hat er den wieder ausgehalten, ne? Ja. So voll idiot. Oh, da hat er ja eine Superschrotflinte dabei. Okay. Musst du bloß nicht damit anzufangen. So eine 590 A1. Hast du die schon mal gespielt? Nö. Sieht brachial aus. Komm mal runter zu dir. Mhm. Ja, kommt noch was. Pass auf, rechte hinter dir, hinter dir. Also hier. Oh, ach so. Ich brenne hoch. Ich lass dir Platz. Ich bin tot, Alter. Och, komm. Leck mich doch am Arsch. Kannst du mir mein Nachtsichtgerät mit rausbringen? Dann, wenn du ein Unbracht hast? Ich bring dir alles raus. Ja, ja. Cool, cool, cool. Okay. Ich beeile mich. Ist im Admin. Okay. Soll ich die Waffe einfach wegwerfen? Oder soll ich die mit rausbringen? Kannst du mit rausbringen. Dann würde ich sie gleich wieder nehmen. Meine Glückswaffe. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Soll ich die Waffe noch mal? Ich bin dein Liefer. Oh, man. Junge, ich bin schon noch voll auf Kochsalz. Das weg, das weg, das weg. 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 Das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg. Das weg, 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 das weg, das weg. Auf uns? Ich weiß es nicht. Ich kann diese scheißen Shots nicht zuordnen, wenn die an dein Ohr so vorbeifliegen. Ja, ja. Ich weiß es einfach nicht. Weil die hört man auch manchmal einfach so. Bin jetzt einfach mal straight dahin gelaufen. Ja, jetzt kommt ein Shot. Ja, haben den, haben den, haben den. Okay. Okay, wenn ich es mal was Gutes. Ich schlackere kurz meinen Bauch. Ja. Guck mal auf der Marke, wer den hat. Das würde mich mal interessieren. Ich, ich habe ihn. Ja, nice. Bin ja auch mal ein bisschen happy. Indoor ist meine zweite Heimat, okay. Ich komme zu dir. Ich komme lieber hier um die Ecke und fliege dich. Nicht, dass einer da HP Munition hat da drin, Alter. Ja, sie bin ja nicht gestorben. Level 31. Was schießt? Der schießt ja noch schlechter aus Zeug als ich. Nein. Verrückter Hund. Verrückter Hund. Ist da auch viel vorhin? Mhm. Okay, aber wo lang müssten wir? Warte, ich muss das mal kurz nachklippen, dann muss ich mal gucken. Wir müssen, glaube ich, dann links rum und dann kommen wir zu dem Durchbruch. Da können wir hoch und dann haben wir schon unsere Läden, wo wir hin müssen. Okay. Pass auf, hier vorne ist dann der Durchbruch. Da haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also du, ich akute, ich habe den dann umgelegt. Aber du hast ja weit, kannst du dich erinnern? Ja, ja. Da, wo die ihre Dinge jetzt nach oben geht. Mhm. Was ist denn das für ein Licht, Alter? Das macht so komische... Was ist denn das für ein Licht? Oh, in der Ecke steht einer. Guck mal, zwei Stück. Die Ratten verstecken sich in den Löchern. Alter. Was für Menschen. Die Ratten verstecken sich in den Löchern, Alter. Was für Idioten, Alter. Haben sie dich auch? Ja, ja. Oh, Mann. Nein, ja. Das war's für. Nein, wirst du Ende. Wie? Ja. Wie? Ja. Hm. Wie? Wie?